Komm mal ran, Junge. So. Ich finde noch was cooles. Na, nur eine Quest da oben. Wir haben immer noch die Quests in der Arena. Wo wir noch hinkönnen. Das ist voll krass mit der Waffe, Mann. Oh, oh, oh. Heilen, 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 heilen. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Piss euch. Weg, 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 weg. Was mache ich jetzt? Du bist weg. Und du auch. Ey, jetzt wird es richtig schwer, ey. Kommt noch ein Outhost hier, Mann. Puh. Puh. Ich tue irgendwas cooles, ne. Ey, ich mache unbedingt ein Outhouse. Also langsam wird es gefährlich. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Schnell, friss was. Alter. Äh, was ist denn, was ist denn das hier? Magic, Sword of Magic. Ich bin nur noch 20. Oh, das ist sogar noch besser als meine Axt. Sauber. Hier geht es nicht lang. Also muss ich eigentlich nur noch einen Endboss besiegen oder was? Dann bin ich fertig. Outhouse, perfekt. Wer bist du? Das ist Hades? Hä? Das ist bestimmt eine Falle, ey. Das ist bestimmt der Endboss. Okay, ich muss... Ja, ja. Okay, alles klar. Ich muss hier nur ein paar... Ein paar 18 Stück muss ich töten. Puh! Okay, ja, kommt ruhig mal rein hier. Ey, das sind viel zu viele. Viel zu viel zu viele, Alter. 13? 14? Na, ich brauche einen Orb. Ich habe nur einen. Zwei Stück noch, komm. Okay. Freiheit, so. Das ist bestimmt der Endboss. Das war bestimmt nur eine Falle. Fürsten? Okay, und anscheinend ist der Fürsten der Endboss. Vom Spiel. Und dann gehen wir dann ins Klatschen, ne? Ja, Orb nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Und da ist dann hier oben. Eine Awesome Healing Potion. Geil. Wo, 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 wo. Ja. Okay, äh, ja. Und jetzt? Ah! Sauber. Wir haben letzten Tanker zerstört. Krass, Mann. Okay, alle 50 fertig. Cool. Dann haben wir das Spiel auch heute bestimmt beendet, irgendwann. Da ist jetzt Rendern und mich nachher weiter dran setzen. Geil. Ne, eigentlich nicht geil. Das Spiel ist geil. Ich will weiterspielen. Und noch 180.000 Parts machen. So, fertig. Moment. Ja, man sieht es hier schon. Hollow Earth. Hollow Earth oder so. Normal ist jetzt hier, äh, oh mein Gott. Ach, da ein Meet God. Ach, das ist der Typ wieder. Den wir am Anfang gesehen haben. Und der hat die getötet. Okay, den muss ich töten. Na, na, komm mal her, Junge. Ich hab'n Orb. Du hast kein Orb. Ich mach dich so put, Junge. Hau rein, Mikrozier Pennt. Der Anwurder von Emilio. Oder auch nicht. Bin mir nicht sicher. Was ist hier los? Ich kann mich nicht töten. Was ist... Hallo? Puh. Äh. Hallo, Alter. Bisschen verarschen. Warum kann ich die... Hä? Sind die verpackt oder was? Ja, geil. Und ich habe einfach mal keine... Hä? Puh. Ich kann die nicht treffen. Das geht einfach nicht. Oder ich muss jetzt hier sterben. Keine Ahnung. Kann ja alles sein. Mal alles verklappen hier. Mal gucken. Kuchen. Geht's jetzt? Nee, ey. Was soll denn das, man? Ich kann die nicht töten? Oder muss ich eine Weile durchhalten oder sowas? Warte mal. Killt im Meat Guard Serpent, ja. Also, ich muss Waffen verwenden, die vom Meat Guard Serpent getroppt wurden, um die kleinen Fischer zu töten hier. Ja, was ist da getroppt bei dem? Hab doch nichts. Ja, der hat nichts fallen lassen, man. Der hat echt nichts fallen lassen. Das ist eben nur das hier. Was soll denn das, man? Du hast nichts fallen lassen, du Assi. Doch, doch. Lol. Level 16 schwarzer da fallen lassen. Wow. Man kann den nicht töten? Hä? Oh nein, ey. Okay, das war jetzt ein bisschen schwer. Okay, hab ich brauche einen Orb. Unbedingt einen Orb. Orb, ob, 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 ob. Okay, ich hab noch einen Orb. Geil. Komm. Was ist mit meinem Orb, man? Komm, jetzt, man. Habe ich Justice irgendwo? Justice, 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 nee. Habe ich nicht? Scheiße, ich brauche Justice. Wo ist mein Yooker? Ey, mein Yooker ist da. Komm jetzt hier ran. Töte ihn. Komm, 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 komm. Alles klar. Nummer zwei. Aber mit dem Fischer, ey. Jetzt muss ich den Hammer nehmen, oder was? Wo ist da hin? Hammer auf der, auf der, auf der. So, jetzt einmal so. So, 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 so. Dann heilen wir uns schnell. Mal gucken, was jetzt kommt. Schon wieder. Was geht denn hier ab, man? Nochmal töten. Dann maybe mein... Nochmal töten. Oh. Broken Hammer of Olaf. Was? Broken Hammer of Olaf. Alles klar. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich brauche ganz schnellen Orb. Aus, komm. Nein, hat ihn zerstört. Hä, jetzt reifen die den an, oder? Oder nee? Komm, jetzt komm. Es ist gar nicht so einfach, ey. Ohne Scheiß, da ist noch ein Ohr, perfekt. Das ist, also, bestimmt ein End-Boss. Äh, komm, noch ein bisschen. Komm, 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 komm. Und tschüss, Mann. Just is ready. Was hat er getroppt? Emily, Nixon, wie würde er was? Ja, das da. Schnell essen, schnell essen. Bis doch, ich, Mann. Ey, das ist voll schwer, Mann. Das gibt's doch nicht. Und jetzt... Oh, nochmal. Ey, nochmal, ich schaff das nicht mehr, Mann. Ja, toll, ich bin nicht tot. Das war's. Ich muss unbedingt die Kuchen nehmen, ey. Scheiß auf Kaviar, ich brauch Kuchen. Kuchen, Mann. Wie soll ich da ausweichen? Ach, das war's, Mann. Das schaff ich niemals. Ja, das ist doch sinnlos, Mann. Was willst du denn da machen? Ey, das kotzt mich an, glaub ich, dass ich von vorne anfange, oder was? Leck mich doch am Arsch. Ey, das kotzt mich an, oder? Scheiß. Ey, Moment. Moment. Moment.